So, das Getexte werde ich jetzt wieder überspringen. Das hatten wir beim ersten Mal schon. Oh, die brauchen wir noch. Ob das ein Wink des Town voll ist mit der Olive des Lebens? Nein, nein. So. Okay, er und danach. Wow, wir haben hier gar nichts. Okay. Den weiß ich. So, du stachelst erstmal. Au. Okay, du rufst erstmal. So, du kümmerst dich mit uns wieder hinten. So, jetzt kriegen wir zweimal aufs Maul. Oh, oh. Äh. Ich schaue, dass wir die da hinten ausschalten. Oh. Okay. Okay, und danach kommt Elvin. Bring it on. Ah. That'll do her. Wow. My turn now. Ja, du darfst jetzt erstmal heilen. Let your wounds be here. Hau doch auf den Fetten da. Au. 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 Ja, ist klar. Nice, er hat gepasst. Bring it on. Äh, ich sollte erstmal Olberic heilen, ne? That'll do her. Victory shall be mine. I will cut you down. Jawohl, die da hinten, die geben schon mal Ruhe. Erweitert die Verteidigung, genau den wollen wir. Und da hat der Dorfbewohner wieder ab. Die leben hier ja noch, so'n Scheiß. Äh, den hemen wir uns mal lieber auf. So, er kommt. So, er kommt. So, geheilt. Wir leben ja immer noch, die Schweinchen. Au. Was, nächster Versuch? Ja, noch bin ich im Zimmer ja nicht tot. So. Au. Ja, hört doch mal mit euren Drecks-Ao-E-Fakt-Scheiße auf hier, Alter. Ich hasse die Mobs, die ein Boss dabei hat. Die zu erledigen, kostet in der Regel auch nicht unerheblich viel Zeit und Ressourcen. Und oftmals holt der Boss dann irgendwann einfach neue, genau. Das ist hier übrigens auch so. Kann ich dir schon mal sagen, Kelly. So, jetzt müssen wir die da hinten halt wieder runterholen, ne? Problem ist, dass die Viecher da hinten, ja, dass die mal fahren, halt mega Schaden. Der glaubt, ja, bringt hier nix. Ja, das Problem ist einfach, ne? Du siehst hier, die machen richtig fett Aoe-Schaden. So. Jawoll. So. Und. Ach, scheiße, das war der Große. Shit. Das hilft nix. Die muss heilen. Kriegen wir nochmal einen rein. Wow. Alter. Ey, jetzt ist aber mal gut. Hier geht's. Hier geht's. Ahem. Try this. My turn now. The winds of Pornhub are howling. so alter jetzt jetzt hat ja keiner mehr das hat auch gleich keiner mehr hi ho hextradviech na wie geht's dir willkommen im diegerle kriegt voll ufer fresse so ja ne eigentlich muss ich hier fahren können die endlich mal willst du nur kurz hallo sagen reißer tot also fp null bring it on ok so alter lebt ja immer noch ist ja schon wieder weg bis zum nächsten stream alles klar hextradviech dann schönen abend noch und jetzt geht nämlich schon wieder das pod problem los ey dieser mixer war das beste seit lange meinst der kelly oh alter hört doch mal eure aoe scheiße auf wie willst du das machen ganz ehrlich okay Ich habe das! das ist halt weil die vollkommen das ding ist ich hab ihn halt noch nicht einmal gebrochen so jetzt aber wir müssen aufstacheln und wer fährt jetzt wieder um? dresser! es ist halt einfach und Ophelia, super boah einer ist endlich weg so wir haben nur noch einen und gleich fällt sie wieder um, oder? oh er bappt sich hoch, alter hey das ist gar, das sind 2-3 Level, das kann es nicht sein jawohl, jetzt werden sie gebufft das gibt ihr gleich das Mana aus jetzt ist es halt, du kriegst das halt nicht hoch alter, der haut viermal, der hautgames fast 2.000 weg mit einem hit im Tank das kann ja irgendwo echt nicht sein ja ich komm mir nur nett mal nach, dass ich äh ja das hat sie keine Mana mehr, also ist dein Hitler vorbei ja 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 da ja 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 Okay. Das heißt auf gut Deutsch, unter Level brauchst du gar nicht reingehen und 80% des Spiels sind reines Grinden. Also entweder übersehe ich hier irgendwas ganz gewaltig, irgendeine Mechanik die mir noch neu ist oder noch nicht bekannt ist besser gesagt. Oder ich habe keine Ahnung. Nope Kelly, zum entsalzen ein halbes Stündchen Mario Kart, du weißt genau wie das mit Mario Kart läuft. Am Ende nochmal wechseln auf Mario Kart und dann irgendwann Feierabend machen, okay aber starten oder mal kurz rüber switchen, klappt irgendwie nicht. Erstmal muss ich hier kurz was auf dem Desktop machen, weil das nervt nämlich tierisch, dass mir da was im Weg ist. So. Also irgendwas, bin ich entweder nicht am, na nicht dass du den Controller in die Cam wirfst, bist du bekloppt oder was? Der ist scheiße teuer. Okay, wir brauchen da gar nicht reingehen. So, wir haben dabei, die ist für 22 Tresser, ist Stufe 20, Olberic ist 21. Das sind ein und zwei Level drunter. Ich rede vom reinen Spielen. Da sind die Sequenzen schon rausgeschnitten. So, das Ding ist, ich denke bei Kapitel 1 war auch dort das empfohlene Level auch eher das Minimum. so. Es ist halt einfach, es kann nicht sein, dass man hier fast nur am dreinsten ist. So, hier können wir nichts machen. Hier dürften wir auch alles haben. Jawoll. Also gar so schlimm waren die auch nicht. Ich hab die gespielt, ja. Ganz so schlimm waren die auch nicht. Jut. Dann müssen wir umdenken. Problem ist halt, wir können gerade nichts anderes machen. Nein, das Spiel ist tatsächlich, wenn du es hochrechnest, ist das Spiel von dem, was du selber spielst. Ohne Sequenzen, ja. Da würde ich mal behaupten, 60, 70 Prozent bist du nur am Grinden. Ja, und das ist schon echt sehr derbe. Wobei, wie gesagt, das ist eine aktuelle Hochrechnung, ja. Viele Sachen wissen wir ja noch gar nicht. Oder können wir noch gar nicht. Wie zum Beispiel zweite Berufe. So, wie komm ich? Ich meine, das ist eine Serienkiste, ne. Aber ich versuchte ein bisschen, wie ich da hinkomme. Die geht's nicht runter. Ah, da haben wir schon einen Feind. Äh, die Scheißteile schon wieder. Hm, so. Okay, damit kriege ich sie beide ein Runder. So, du hast... Hier. Machen wir das mal so. So, du gibst du auch Ruhe. Äh, den da. Mach aber mal so. Und so. All right. All righty. Haa. Hat getroffen. Das Scheißteile steht noch. Hm. Aua. Äh, so. Oh, das war's. Hm, okay. Okay. Mach mal Müscherle heilen. Das ist jetzt so. Aber reicht. Hm. 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 Äh, speichern. Ich glaub, so sind wir gekommen, oder? Also, Vögel und Wind. Oh. Das ist ja gar nicht Wind. Das ist ja auch viel hier. Ja. Okay, das klappt ja nicht. Ey, schütz mal Schutt hier. Ja, wie sie halt auf alle hauen, nur nicht auf den Tank, ne? Ah, Schwäche. Äh, ja, du musst erst mal aufstacheln hier. Na doll. Ophelia hat sich bei mir gerade beschwert. Die hat gesagt, die will nicht. Heilen. Sie will Damage von. Hat nicht geklappt. Ah, da haben wir ihn. Bring it on. So. Okay, so geht's auch. Hm. So. Ophelia wieder. Die anderen sollen Level up machen, nicht die großen immer. Eine benebelnde Würze. So, das Problem ist, dass wir jetzt entweder jedes Mal reinlaufen müssten, oder? Ich verballer hier halt und tatsächlich sind die Wirtshäuser aber billiger als hier blöden anregenden Pflaumen. Ähm. Ähm. Heilung. Hm. So. Woi. Ich glaub von hier sind wir gekommen, oder? Nö. Ja, doch. Nach rechts rum. Von hier von rechts immer gekommen. Hier so da rüber und. Hier gibt's Klippen. Was ist das da oben? Bin ich aber neugierig. Bin ich aber neugierig. Hier geht's nirgendwo hin. Oh. Ich dachte, da geht's in ein neues Gebiet. Let's do this. Okay. Ja, dann haben wir ja schon festgestellt, dass die Viecher, warte mal, die Viecher hier, die sind doch auch immer bisschen kitzelig. Okay, die Viecher nicht. Könnt ihr dir das mal unterlassen? Und außerdem Kli, ganz ehrlich, wenn mich das Spiel nämlich zu sehr aufregt, bin ich absolut schmerzfrei auf Xenoblade Chronicles 2 zu wechseln und da New Game Plus zu starten. Was zwar absolut Schwachfug wäre, aber. So. Was mach ich denn nun mit dem? Ah, genau. Hier, guck einmal. Hier, da haut drauf. Was machen wir denn mit der Ophelia? Da machen wir doch hier mal, guck einmal. Schutzschleier auf Olberich. So. Au. 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 Rums. So. Hey, guck einen an. Hier geht nichts. Hier geht nichts. So. Äh. Ja, was machst denn du jetzt? Eiei, spinn mal nicht so, jetzt darfst du mal heilen. Ich will ja mal nicht so kleinlich sein. Alright. Wie, du darf jetzt der anfangen? Ah, machen wir halt die mal auf hier. So, jetzt ist das Problem, ich würde ganz gerne. Ja, dachte ich mir, dass wir das nicht dürfen. Also, jetzt. Machen wir's halt so. Ja, sicher, dass Ophelia leveln nur davon. Eine benebelnde Würze. Wie wär's denn, wenn du mal levelst? Ja.